Was? Da habe ich was gehört. Ja! Ah, der kommt echt nicht. Der Intran hat herausrasten. Ausrasten ist immer so ein Traum. Jo! Willkommen zurück auf unserem Channel. Jetzt 600k. Nice. Ja, danke nochmal für die 600k. Heute kommt wahrscheinlich die aller 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 heftigste und ekligste Fußball-Challenge aller Zeiten auf diesen Kanal-Freunde. Wenn man heute einmal nicht trifft, wird man bestraft. Das habt ihr mir aber nicht erzählt, Freunde. Ja, damit ihr halt kommt. Sonst werdet ihr eigentlich erschienen. Heute dreht sich alles um einen ekligen Drink, der am Ende wahrscheinlich getrunken werden muss. Und für jeden Fehlschuss kriegt man eine Zutat in seinen Becher. Wir haben fünf eklige Zutaten mit einer Grundierung. Das zeigen wir euch jetzt mal kurz hier. Zitronensäure, Maggi-Würze, Apfelmus, Gurkenwasser. Apfelmus, Junge. Apfelmus ist extra nur wegen mir genommen, weil ich Apfelmus hasse. Und dann in der Reihenfolge, also im ersten Durchgang geht es halt um Zitrone und so weiter und so fort. Am Ende muss jeder seinen Drink trinken. Echsen. Und bei jedem wird wahrscheinlich was anderes drin sein. Das wird eklig. Bleibt bis zum Ende dran. Und let's go! Wir sind ja auch mit der Kotz-Legende himself hier. Der Kotz-Legende aus Berlin. Der Kotzbrocken. Einen eigenen Becher, die schönen Red Cups. Die sind heute mit ekligen Sachen gefüllt. Das ist mein Becher übrigens. Also in der ersten Runde geht es um Zitronensäure. Und ich habe die Ehre anfangen zu dürfen. Zitronensäure mag ich eigentlich. Vielleicht verschieße ich auch einfach nochmal. Ja, ja. Okay, nicht schlecht vom Laubo. Und jetzt mein erster Schuss. Okay, mal sehen ob ich die Zitronensäure kriege. War es eine Parade? Hat der geil gehalten. Zitronensäure. Isla. Okay, Leute. Erster Zutat Zitronensäure. Meiner Meinung nach das Beste an der ganzen Sache. Wäre gar nicht so schlimm, wenn ich daneben schieße. Mach wie ich, Alter. Uh, Zitronensäure. Find ich nicht schlecht. Könnte sogar ganz lecker werden. Also ist alles gut. Ich bin nicht so wie die anderen Pfandflaschenjäger hier. Ich will einfach nur ein Tor schießen. Die sagen Zitronensäure schmeckt. Aber es schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Oh my God. Oh my God. Oh my God. So geroasted. Oh my God. Und wie schmeckt die Zitronensäure jetzt? Holzi ist ein Teufelskerl heute. Auf Kaltmodus jetzt hier Anis. Anis GmbH. Auge. Nope. Hat der auch, der Junge. Auch hält heute an. Der ist nicht schlecht. Konkurrenz, ne? Das ewige Duell. Holzi gegen Humle. Maulwurf gegen Pferd. Oh, Holzi, Holzi. Top motiviert. Oh, der macht es. Unglaublich ist dieser Junge. Schauer, ne? Ne, das geht nicht so. Da fehlt noch ein bisschen die Strecke. Da muss auch noch dran arbeiten. Also Freunde. Erstmal jetzt das Erdbeerwasser hier. Vom Strikey. Also, der, der nicht getroffen hat, kriegt jetzt die Zitronensäure von Hölzi. Okay, fangen wir aber erstmal bei... Hazel an. Ascha. Mach mehr. Mach mehr an der E-Kraft. Sechs ein halb Stunden später. T-Doc. Der braucht auch viel. Anis. Das sieht aus dieser Waschmittel. Stopp, stopp, stopp. Ja, bei denen tue einfach ganze Rest rein. Warte, sonst trinken wir nichts dran. Kannst du ein Glas was trinken? Ja, aber Humle immer doppelt so viel. Runde Nummer 2. Du hast eben getroffen. Jetzt geht es um Maggiwürze. Maggi? Maggi mag ich eigentlich auch. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Bei meinem Leben, der Ball, ich werde Zweihard machen und den nicht reinlassen. Einfach nur, weil der Laura der größte Hater der Welt ist. Stimmt gar nicht. Aber okay. Mit seinem Betronkopf, wo nichts drin ist. Wer hat den rüber geschossen? Ja, das ist immer drei. Boah. Ah. T-Doc, T-Doc. Der hat den einfach so rübergefallen. Schlepp. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Ja. Oh, der Hände übertreibt immer. Immer, immer. Bei diesem Eierkopf will ich einfach ein Tor schießen, weißt du? Ja, es geht nicht um das Maggi, es geht eigentlich nur um die Demütigung für den Pferdebauch. Oh! Ja! Lenkt den an die Latte, der Drecksack, ne? Das gibt schönes Maggi für dich, Freunde. Das ist ohne und Maggi schon. Tee! Was machst du dazu? Zum Ruba schießen oder zum Maggi? Zu allem. Ja, die Lage ist auf jeden Fall nicht so gut jetzt. Guck mal, er legt den auch so Gas an die Linie. Richtig. Boah, Junge. Was geht ab, Alter? Komm, Tee. Du hältst den Bruder. Du bist so lang, Alter. Der ist so lang, wie der doof ist jetzt. Hau schön rein. Boah! Sehr gut, Tee, Junge. Ist Maggi gut? Ja, Maggi ist eigentlich okay, aber die Kombination, das macht's ja nicht. Maggi allein würde ich jetzt so machen. Willst du jetzt treffen oder nicht? Also du kannst jetzt auch noch einen Maggi-Shot nehmen vor deinem Schuss, wenn du magst. Ja, das freunde ja nichts weil. Boah! Boah! Du hast da noch gar nichts drin. Boah, wach! Mach jetzt nicht so, mach jetzt nicht so Auge auf mich so. Okay, drei Leute haben mich getroffen und kriegen jetzt die Maggi. Das ist einer der Strikers. Strikie? Okay, das muss man erstmal aufmachen, oder? Warte, mach das mal mit einem normalen Dreh, normale Menschen. Auf Fußballplatz immer Messer dabei haben, man weiß nie was abgeht. Das ist wichtig. Schöne braune, das muss richtig braun werden. Wir müssen auch hier wieder die ganze Flasche auf drei Stunden später. Okay, ehrenvoller Drink. Oh, der Dreckige. Eine Ewigkeit später. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Jetzt geht es um Apfelmus, mein Freund. Oh, Apfelmus, jetzt fängt es an für mich ekelhaft zu werden. Ich schreibe mir die Kommentare, mögt die Apfelmus, wir beide lieben es, Alter. Apfelmus ist geil. Wow, oh mein Gott, kein Apfelmus. Und weißt du, was das ist? Karma. Kurze Flashback. Oh, der Dreckige. Ich merke schon, das wird wieder so ein Video, wo ich nix treffe und die ganze Kacke abbekomme. Ich muss jetzt hier nicht sein, obwohl Apfelmus das einzige, was ich davon auch freiwillig essen würde. Oh, Mann. Das einzige, was er haben wollte, trifft er. Ruff, ruff, ruff. Nein. Obwohl, Apfelmus ist okay. Bruder, gönne ich dir, Riga. Kann auch ein Stück von mir haben. Danke, Bruder. Deine Aktion eben? Ja, komm, hat der verdient ein bisschen. Guck mal, guck mal. Ihr habt es beide verdient, sagen wir mal so. Jeden Schuss habe ich verloren bisher. Geil. Ich habe gerade einen Hinweis bekommen, dass Apfelmus eigentlich den Geschmack ein bisschen verdünnen könnte. Okay, ja, aha. Marien, Digga, für Sri Lanka. Nope. Den hält der fest. Ach, du wolltest doch Apfelmus, ne? Zum Verdünnen, habe ich gehört. Letzter Schuss im dritten Durchgang. Dieses Apfelmus wurde extra wegen mir genommen. Weil ich Apfelmus über alles hasse. Das ist so ein Kindheitstrauma von mir, ich weiß auch nicht. Das ist der wichtigste Schuss meines Lebens, Moira. Uh, Ansage. Jetzt Druck. Uh, jetzt Druck. Oh mein Gott, ich dachte, der geht im Winkel des Grauen. Das waren 20, 30 Zentimeter, wie ihr wisst schon was. Und dann bei mir in der Hose meinst du, ne? Danke, Bruder, danke, Ehrenmann. Ach, du hell. Oh mein Gott. Reicht, reicht, Bruder. Reicht, Alter. Bei dem kannst du es machen. Oh mein Gott. Okay. Hä? Wir kommen ein bisschen. Oh, jetzt. Guck mal, wir haben noch nichts da drin. Warte mal rein. Ganz kurz, Freunde. Bevor ich hierher gekommen bin, hat der Holzemir gesagt, der hat nur Angst vor Apfelmus. Er hat nur Angst vor Apfelmus. Er hat nur Angst vor Apfelmus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So ein dreckiger Junge. Hashtag Linko. Tu auf dir, Frau Kaka. Um ehrlich zu sein, den Wurkenwasser habe ich nicht viel. Aber ich habe gerade gesehen, dass der Häser mir auf Linko noch mehr von Maggi reingeschickt hat. Und das war nicht das erste Mal? Nein, der war nicht, der war nicht. Falls ihr euch fragt, was eigentlich mit meiner Frise los ist, danke Anis, der seinen kompletten Namen hier einmal rein rasiert hat und Holzi Barbershop musste das ganz versuchen zu retten. Deswegen Seiten auf Null. Alhamdulillah. Okay. Kein Gurkenwasser für mich, Freunde. Ich habe Apfelmus, Zitronensäure und Erdbeerwasser. Also klingt auf jeden Fall noch sehr fruchtig, aber jetzt wird es auf jeden Fall, ja. Da kann man auch mal eine schöne Gurke rein dippen, oder? Oh. Den hat er. Ja. So, ab jetzt, Freunde, ich habe das so locker genommen, jetzt muss ich ein paar Mal reinmachen. Okay. Weil ich sehe schon, komm, ich werde kotzen. Ja, aber das ist ja der Sinn des Videos. Ja. Ja. Es geht um die Gurke, Anis, weißt du Bescheid. Jetzt neunzigste Minute, schieb ihn rechts unten rein, ne? Locker, ne? Oh. Oh. Du tust ja deine Gurke auch immer ins Wasser, ne? Ja, schon. Waschen ist schon gut, eigentlich so, ne? Wenn du das nicht machst, Else, okay. Oh mein Gott. Oh Gott. Der fischt ihn raus. Der fischt ihn raus. Das ist ein schöner Schuss gegeben. Ziiiih! Weltklasse, Weltklasse. Ja, zeig mal hier. Zeig doch jetzt einmal. Chili verfeinert, Freunde. Du hast da jetzt schon deine Finger drin gehabt, oder wie? Ja. Ekelhafter. Geil. Oh mein Gott. Ey, ich will das wässern. Stopp, 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 stopp. Ich finde nicht alles. Ne, war der Drink noch... Warte mal, der Slike ist in den Vato lassen. Ja, da ist er drin, Bruder. Guck doch mal. Ja. Ja. Übertreiben. Boah, das kann ich. Bei Hardys isst den Chili drin. Die Drinks sehen auf jeden Fall appetitlich aus, Freunde. Und jetzt geht's zur letzten Runde mit Essig. Essig Wasser. Letzter Schuss, wie vorhin schon gesagt. Jetzt geht's um Essig Wasser. Strikey tritt an. Ja. Und der Chölzi hat ihn. Oh ja. Alter, so letzte Tutank. Ich hab die letzten zwei, glaub ich, getroffen. Was hast du bis jetzt bei dir drin? Nur die ersten beiden. Zitrone und... Du hast nur Zitrone und... Magi. Magi. Ja! Oh! Essig, Leute. Oh, der muss los. Leute, Essig. Mit Abstand das Ekligste von allen. Oh yeah. Du siehst, Anis macht Auge. Anis macht Auge. Oh! Was? Was bei Maulhof, Junge? Bei Tee ist nicht so schlimm, Bruder. Du weißt, der konnte schon bei dem dringend. Halt den! Halt den, Bruder! Halt den unbedingt! Halt den bitte, Digga! Ganz YouTube bildert sich diesen Ball halt, Bruder. Das ist der wichtigste Schuss in meiner YouTube-Karriere. Welche Karriere? Macht alle Auge. Alle, 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 alle Auge. Und das war's mal wieder komplett für diesen Hazel. Er dachte einfach so, baller ich einfach ein bisschen auf ihn. Er wird Angst haben. Aber ein Maulhof kennt keiner als Bruder. Okay, letzter Schuss, Anis. Was sagst du zu Essig? Ja. Nö. Ja, ich hab eh schon alles drin, was geht. Essig macht es jetzt auch nicht schlimmer. Not oder Elend, wie das heißt. Was eine Möse, Alter! Was ist mit dir? Jetzt ist ein Club auf dem Bad. Na ja, dann nehm ich den da hinten. Egal, wenn ich mir einen Arm breche, ich schreit den Bad. Und du musst nur ein bisschen Essig trinken. Am Arm, ne? Oh! Oh mein Gott, der perfekte Shot! Der perfekte Shot! Hazel! Boah, Jungs, das kann man echt nicht sprengen, Alter. Wir machen ganz wenig Heim, oder? Ganz wenig. Hallo, hallo. Ein bisschen mehr. Reich, reich! Komischerweise habe ich echt mit am wenigsten. Oh! Hey! Stopp! Und strike ihn. Oh! Oh! Okay, Leute. Jeder nimmt seinen Drink. Nein, das kann man nicht. Jeder nimmt seinen Drink. Ey, man sieht da so, alles schwimmt auf Essig. Das finde ich super gut. Lasst ein Like da, wenn ihr nochmal sowas sehen wollt. Vielleicht mit anderen Zutaten. Mit noch mehr Apfelmus vielleicht. Okay, wer ausdringend ist Ehrenmann. Und Prost für uns, Prost! Prost für uns, Prost! Wer ausdringend ist Ehrenmann. Prost für uns, Prost! Bei mir war zu viel Essig. Okay. Ich seh schon, komm, ich werd kotzen. Oh, my God! Was? Geh, Bruder! Freunde, lasst mal ein Like da, wenn ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Anis Ehrenmann. Hast du ausgetrunken? Ja. Aber, ausgetrunken. Guck mal aus, deine Augen. Ich kann's nicht auf, Alter. Der hat noch ein bisschen tot auf jeden Fall. Digga, guck mir die Augen, Alter. Ich weise. Bis zum nächsten Mal. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da. Ciao. Schreibt Zutaten in die Kommentare für nächstes Mal. Ciao. Ciao.